Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns, die Henkels mit meiner Wendigkeit, Ibn Herr Schulz, heute zur sechsten Folge von Call of Duty Monowover 2 der Kampagne. Ja Freunde, in der letzten Folge hat man ja mega Pech gehabt, ich brauche mir eine sehr lange Folge. Und was geht los? Sind über der Landezone. Gut, bring ihn runter und warte. Gers, du bleibst im Heli zur Überwachung. Wir arbeiten uns vor. Roger, ich schaff euch Platz, holen wir Aswell. Hey, alter Mann! Farah, danke für die Hilfe. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und einen Freund in Not. Bereit? Alles bereit. Wir sehen uns auf der Straße. Alle Stationen. Wir sind unterwegs. Bestätigt. Verschalten. Legen. Grünes Licht. Achtung, es geht los. Punkt, check. Empfange. Check. Lauf und deutlich. Der Alcataller-Konkloi hat uns spaziert. Wir hängen uns an ihre Ferse. Bestätigt. Nick, nutze die Schlucht als Deckung. Wir haben nur eine Chance, Laswell zu retten. Roger. In welchem Fahrzeug ist sie? Alcataller hat sie in einem schwarzen FQB im vorderen Teil des Konvois. Zuerst greifen wir die Begleitfahrzeuge an. Dann sichern wir Leswell, bevor AQ die Grenze erreicht. Achtet auf eure Ziele. Auf der Straße sind auf Zivilisten. Kärnten, wir sind in Reichweite. Alle Einheiten. Feuer frei. Jetzt wissen sie Bescheid. Auf der Straße sind die Begleitfahrzeuge. Sie sind auf der Straße, weiter aus zu kaufen. Werden die Begleitfahrzeuge. Auf der Straße sieht sie immer wieder aus, wer das meinst. Wir müssen alle Begleitfahrzeuge. hat sich Counter, Tee nach den Kopf starten! Das ist die Ausgeschaltung! Die Kürzen starten! Die Kürzen starten! Kaffee ausgeschaltet! Verdammte Scheiße! Vorrücken! Pass auf! Du schießt auf der Bühne bitte! Ich bin nicht kaputt! Verschaff' uns etwas frei vom Fahrrad! Genau wie früher, Kerstin! Ich bin gut! Und du musst sie an uns alle! Was zum Teufel! Ja, die bist du ein Scheier, Alter. Ja, ich fände dich. Feier nach oben! Bleib nach vorne! Woah, 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 woah! Die Pistler sind gepanzert! Die Gegner! Nicht zu gut! Wir sind getraut! Bleib nach vorne! Boah! Scheiße! Das ist recht! Kerstin! Er ist gestillt! Weißt du was? Der Star-Tipp! Er ist weg! Ach du Scheiße! Wenn ich tot, Nick! Ich häng an einem verdammten Seil! Heilige Scheiße! Alter! Was ist das denn? Woah! 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 Scheiße! Scheiße! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Ich bin ziemlich beschäftigt, Käpt'n! Wir sind beschädig! Both of us! Okay! Ich bin gespannt! Wir sind begeistern! Hör gar nicht mehr! Du musst dich losschneiden! Ich bin frei! Zurück in den Kampf, Sergeant! Ich dachte, die springen jetzt da rüber und knallen ihn um, Alter. Aber, Digga, ist doch geil, Alter. An jedem Fahrzeug und dann... Okay. Zurück in den Kampf, Sergeant! Der Akku-Konvoi hängt zusammen! Wir müssen uns beeilen! Wieso hältst du es? Alle Einheiten! Ich habe ein Fahrzeug! Der Akku-Konvoi ist noch in Sicht! Verstanden, Gerd! Döne weiter die Hände aus und hängst du Lasswur vor! Ich schicke in den Soldaten, Sergeant! Was ist deine Position? Wir holen auf! Sechs Ende! Junge, was ist das denn? Ist das krank, Digga? Auslehnen, wie das hast du fährt. Oh, oh, Gott! Ja, das ist super wild, Alter! Ja, das ist super wild, Alter! Oh, Gott, du bist doch! Hey! Tun erst, dich einem grönen Lasswur, das ist Fahrrad-Soldat! Ja! Ich sehe sie! Verdammt! Wow! Die Karras Freunde wurden gerade getroffen! Wir sind zum Kämpfen-Camp-Chargers! Kommt, bestätig auf den Feind und find the last best! Digga, was ist das für ein kranker bisschen? Nick, was siehst du? LFG vor der Rück! Ja, Digga! Das ist gar nicht so einfach, dass sie das ausliegen! War tot! Ja! Nehmen wir so ins Wachstum! Warnung, Warnung, Warnung! Verlassen! Verlassen! Hallo! Okay! Was siehst du? LFG vor uns! LFG vor uns! LFG vor uns! Ja, das ist so krank! LFG vor uns! Das ist jetzt ja mittlerweile in Liena, oder was? Aua, 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 A Ich weiß nicht, wie viele sind denn noch? Ich bin zu verhältert, oder? Verfolge den Konvoi nach Norden! Verstanden! Bleib an ihnen dran! Wir kommen zu dir! Yes, nix! Meine Speer melden eine Akkustraßensperre voraus! Verständlich! Ich sehe sie! Du wirst sie raunen müssen! Durchbrechen! Können so viele wie möglich! Machen wir in Angst! Dungeon! Nehmen wir noch ins Land! Kommen wir! Achtung! Kommen wir! Kommen wir! Kommen wir! Kommen wir! Kommen wir! Aua! Fetts! Geh, nix! Gleih, nix! Mein Speer melden eine Akkustraßensperre voraus! Bestätigt! Ich sehe sie! Du wirst sie rammen müssen! Durchbrechen! Töten so viele wie möglich! Mach mir in Angst! Uoooooooh! Bitte nicht anst! Nimm ein neues Fahrzeug! Nick! Ich bin durch! Fünf Schatten! Achtung! Auf der Straße von dir ist was los! Das Problem ist, mein Auto ist kaputt. Ja, wow, Digga. Was soll ich denn da machen? Bleib an ihnen dran! Wir kommen zu dir! Gerd, Nick, meine Speer melden eine Abendsstraßensperre voraus! Bestätigt! Ich sehe sie! Du wirst sie rammen müssen! Durchbrechen! Hörte so viele wie möglich! Machen wir ihnen Angst! Hat sie nicht raus! Daschen! Nimm ein neues Fahrzeug! Nick! Ich bin durch! Fünf Schatten! Achtung! Auf der Straße von dir ist was los! Fünf Schatten! Gut, so! Fünf! Du hast diese Fahrzeuge! Aaaaaah! Was zur Hölle ist das? Akku setzt Minen auf der Straße ein! Das sind Zivilisten, Nick! Dafür wird der Akku brennen! Ich bringe Streichhölter mit! Minen von euch, Sachsen! Woh! Woh! Wo kommen diese Minen her? Woh! 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 Aua! Aua! Oh Gott! AQ trifft Zivilisten. Wir müssen diesen Truck ausscheiden. Du wärst dich dem Latte mit den Minen. Du stellst dich! Wow, 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 wow. Oh, klar. Das Problem ist gelöst. Alleinheiten, was ist euer Status? Nicht schießen, Sergeant. Ich bin im Truck hinter dir und dabei ist zu überholen. Ich bin gerade an der Straßensperre vorbei. Katten! Alcantara hat Verstärkung. Du brauchst mehr Feuerkraft. Hüpf rein, Sergeant. Los geht's! Schön, dich halt wiederzusehen. Nimm den Granatwerfer. Granatenwerfer? Wo ist der Granatenwerfer? Sergeant, der Granatwerfer gehört dir. Nimm ihn! Schweres Kaliber, Captain. Was jetzt? Wir kommen less wohl näher. Also ändern Sie Ihre Taktik. Inwiefern? Wir haben Sie gejagt. Jetzt jagen Sie uns. Sollen Sie nur. Sollen Sie es versuchen. Da hinten. Das ist Pharah. Wir sind komplett. Bringen wir es zu Ende. Captain, Alcantara kommt uns entgegen. Sie versuchen, uns einzukesseln. Das werden wir verhindern. Komm, Pharah. Komm, Pharah. Yes, greif sie mit dem Werfer an. Verstanden. Bin dran. Direkter Treffer. Angelekt. noch ein Kuss. Wir haben es nicht etwas weggegriffen. Ich bin ein Kuss. Sie müssen das weggegriffen. Ich bin ein Kuss. Ich bin ein Kuss. Oh, ich kann es sich schon kiezen. Das ist ein Kuss. Es ist ein Kuss. Ich bin ein Kuss. Ich bin ein Kuss. Es ist ein Kuss. Ich bin ein Kuss. Doch, ich bin ein Kuss. Das mit diesen Zivilisten, das macht es sich einfacher, ne? Rechtes Zeichen! Ganz genug! Gibt es nur ein Mitfahrer jetzt! Hab ihn erwischt! Gut gemacht! Käpt'n, der Kondro sieht das nicht aus! Wir nehmen eine Abführung zum Begrenzen! Verstanden, Nick! Bleib an ihm dran! Pass ihn hinauf! Ausschalten! Fahrer, bleib dran! Wir sind bei euch! Feuer weiter auf diese Fahrzeuge! Hinten ist frei! Nick, siehst du Les Wolfs Fahrzeug? Überlass das uns! Verliere sie nicht, Nick! Sechs Ende! Papus' beste Soldaten bewachen Las Welt! Wir kommen näher! Wir müssen uns verteilen! Gers, schnapp dir ein Fahrzeug! Wir greifen sie von allen Seiten an! Was? Kost! Verm Ach, Oh! Töp! Ach, Die Schuhe! Wies, Die Schuhe! Oh, wow! das ist eine harte mission muss man echt sagen ist eine harte mission auch ja Nein, das ist erstmal der Weg hier. Oh mein Gott, Alter! Großes Lesbio, Alter! Speisige Rakete! Er hat die Kammbezierflaschen! Er fissiert sich an, ja! Ja, und jetzt? Schalte ihn aus, Sargent! Alter, sagt das doch alles so einfach! Tor, Tor, Tor! Nein! Oh Mann, Alter! Ich warte noch da hoch und die da wegfixen, Alter! Mein Gott, ey! Ja, ne... Hei, ja! Feindliche Rakete! Er hat sich anvisiert, Sargent! Er visiert sich an, Garnt! Albin-Austage! Er ist tot! Vorrücken! ja 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 hallo oder mann alter warum springt der wund nicht diese mission schon wieder irgendwie geil aber ich muss die rakete er hat sich anvisiert Alle Einheiten, Akku setzt vor uns Bombentronen 1. Verstanden, Nick. Wie ist Akku an Bombentronen gekommen? Mayor Hassan. Jejnudin Tipu. Ein Abel besammer. Ich sehe sie direkt vor uns. Schaut es nicht mehr raus, sonst sind wir geliefert. Der Drohne, die Logizisten auf dem Laster. Schaut es nicht mehr raus. Drohnenpilot erwischt. Tod. So, wir tun jetzt das nächste. Perfekt. So, darf reinstecken. Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTW. Geh nah ran. Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf mich, damit du rüber kannst. Verstanden. So, der Mist. Weiter geht, lass dich nicht treffen. Nein, 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 nein. Oh, Dicker, gut ausgefahren. Weiter geht's nicht. Aua. Shit. Stargent, du musst näher an diesen MTW ran. Ja, wenn ich da schon mal rein. In der Position. Okay, mach dich bereit. Jetzt, Stargent. Ich steig auf den MTW. Okay. Okay, ja, du rauf, ich bin rauf. Ich steig auf die Ladung und verschwinde von da, Sargent. Komm mal rein, wir rein. Da bist du. Ladung nicht platziert. Links, spring rüber. Gut. In der Tat. Captain, wir sehen uns der Grenze. Okay, Nikolai, blockiere sie mit dem Heli. Die ist dabei, ich bin. Okay. Contact. Aufpassen. Laswell und Nikola sind vor uns. Verstanden. Laswell, mit dem Schwarz, mit dem Schwarz, mit dem Schwarz. Los. 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 1 Spielen, 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 hallo! Geht unerwartet nicht mehr. Aha. Oh gut, interessant. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen los. Ich glaube, es ist ein Bäh. Oh gut. Wow, 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 get in there, get in there. Bewegt Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ein Familientreffen. Sieht so aus. Fahrer. Nette Musel, Aswell. Gleichfalls. Ihr alle. Wir sind in Al-Masa. Hier ist es nicht sicher. Abmarsch. Der Kapitän hat recht. Wir sind in Al-Hadud. Wir sind in Al-Hasa. Fahrer, danke. Das war ich schuldig. Es war ihr andersherum. Dann sind wir quitt. Hoffen wir auf das Glück. Bis demnächst, Kapitän. Es tut mir leid. Ich konnte sie nicht... John, ist schon gut. Nein, das war meine Schuld. Ich hätte sie niemals... John, hör auf. Alles gut. Okay. Wir haben größere Probleme. In Spanien gab es keine Raketen, nur die Leitsysteme. Leitsysteme? Wo zur Hölle haben Sie die her? Russen. Und wo sind Sie jetzt? An den Raketen. Und außer Hassan weiß nur eine Person, wo wir sie finden. La casa de sin nombre? No. Uno de sus lugartenientes. Ein Kartell, Lieutenant. Ganz genau. Du lernst dazu. Meine Quellen sagen mir, alle VIPs in Las Almas werden da sein. Ein paar auf Einladung und andere... Auf Ansage? Ja. Warum treffen Sie sich? Nosotros. Las Almas. Es brennt. Und Sie wollen den Brandstifter. Sin nombre wird da sein, ja? Keine Garantie. Aber das ist die beste Chance. Nutzen wir sie. Ich habe genug Shadows hier, um das ganze Land zu besetzen. Ich hätte ein Wände. Ich meine ja nur. Ein Haus ist kaum ein Problem. Wir brauchen sin nombre lebend. Dann... Treffen wir uns mit ihm. Wie? Sie kriegen, was Sie wollen. Infos. Sie wollen wissen, wer hier ist? Bitte sehr. Persönlich. Korrekt so. Einer von uns geht rein, findet den Boss und holt ihn raus. Ich tue es. Da drin bist du so gut wie tot, Hermano. Das gehört zum Job. Der Marschflugkörper muss um jeden Preis aufgehalten werden. Ich biete Daten für ein Treffen mit Sin nombre. Und wenn er da ist, gehört er uns. Orale. Tienes huevos, Cabron. Aber alleine gehst du unter. Ich gehe mit. Ich überwache euch. Shadow kreist im Heli über dem Ziel. Alles klar. Sie werden Beweise wollen. Zeig ihnen das. Ruft, wenn ihr mich braucht. Okay, dann machen wir uns startklar. Damit würde ich sagen, Freunde, sind wir raus. Erstmal von der weiteren, von dieser Folge, von der sechsten Folge von, ja, Korrekt die Monoworfer 2. Der Story. Richtig geil, wir haben Lesbrill wieder zurückgeholt. Mit dem Korrekt war schon geil. Fand ein bisschen Schalrum, das Spiel abgestürzt ist. Oder nicht reagiert hat, keine Ahnung. Fand ich ein bisschen blöd. Aber ist ja egal. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.